Schön, dass der El-Präsident wieder da ist. Lass die Bilder einfach mal für sich sehen. Und die Idee ist richtig gut, da aufs kurze Eck. Jetzt aber der Fehler im Spielaufbau! Doppelpfosten! Gunner G im Glück! Wahnsinn! Hier nochmal der Doppelpfosten. Da können sie sich richtig einigen beim Rausspielen, gut auch gepresst. Bei anderen ist auch viel Pech dabei. Als Quarterback da hinten und verteilt die Bälle um. Ballverlust von Gobi Zaka. Und jetzt der Konter, Benni Zeisel, der Mann von 9-3-3. Schlagt der Ballgewinn von Cesar Toy und Reichel ebenfalls herausragend, der Torhüter von Gunner G. Schafft Eintracht Spandau den Turnaround. Und der geht durch, Zaka, sie ist! Elfte Minute, Spandau führt einmal durch alle Hosenträger durch. Oh, ist das bitter für Reichel, den Helden der letzten Woche. Oh, den sieht Reichel spät. Und es wird 3-Play heißt 3 gegen 3. Und das hat Gunner G letzte Woche richtig gut hinbekommen mit dem 3-Play. Da haben sie 3 Treffer erzielt. Reichel ist mit vorne, Reichel ist mit vorne! Und Reichel mit dem Assist für Krasici! 1-1! Die 3-Play-Experten Gunner G! Niklas Reichel bittet zum Tanz mit seinem Assist! Zanga Aziz! Den ersten hat Reichel, den zweiten nicht! Aziz ist der Doppelpacker! Zanga Aziz! Zanga Aziz! Zanga Aziz mit dem Handtrick! Und der Konter war natürlich perfekt, Lerong Birischa in den Lauf. Beister letzter Mann gewesen. Was für Tore! Immer wieder Aziz! Aber es ist noch nicht vorbei! Beister! 2-3! Was ein 3-Play hier! Beister! Eine Chance! Nein! Schluss! Aus! Halbzeitpause! Zeisel für Matondo! Das ist überragend gespielt! 4-2 Spandau! Zeisel hat den Kopf oben und Matondo, das ist nicht zu verteidigen. Auch nicht vom ehemaligen Bundesliga-Mann Maxi Beister. Knabe lobt Matondo. 15. Bleibt hängen. Konter Spandau. Zeisel. Und Akbulot! Das könnte die Vorentscheidung sein! 5-2! Angriff ist der beste Angriff. Und ich glaube, der Spruch stammt aus dem Munde von Präsident Knabe. Wieder so ein hoher Ballgewinn von Spandau. Und dann eiskalt! Jetzt stehen sie zu hoch und zu offen. Aziz macht er seinen vierten. Er legt vor! 6-2! Jetzt rasselt's! Marco Cirillo, der Torschütze! Und das ist das nächste! Akbulut mit einem überragenden Treffer! Chogai Akbulut! Fünfter Treffer für ihn schon in der Border League nach dem langen Ball. Perfekten Moment abgepasst! Und dann gibt ihm keine Chance für Niklas Reichel im Gönner G-Gehäuse. Und es wird's! Jawoll! Galaxy Fairplay! Cesar Toy! Macht er gut! Hat zwei Optionen! Matondo wäre, glaube ich, die bessere gewesen, wollte ich gerade sagen. Aber das Tor gibt ihr immer recht! Cesar Toy bereitet vor für Georg Skri. Ihr habt den Spandau-Block da vielleicht gesehen. Beister nochmal! 3-8, Maxi Beister! Das ist es gewesen! Elf Tore in einem wilden Spiel! Eins, zwei, drei! Spandau! 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 Spandau!